Sie sind auf der Suche nach Entspannung und wollen sich von Kopf bis Fuß verwöhnen lassen? Dann sind Sie im Studio Nicole die perfekte Kosmetik in Klinike Nordbahn bestens aufgehoben. Das schöne Ambiente des Studios lädt dazu ein, den Alltag auszublenden und neue Vitalität zu schöpfen. Inhaberin Nicole Hartung ist ausgebildete Kosmetikerin, Visagistin, Fußpflegerin und zertifizierte Masseurin. Kein Wunder, dass Sie hier aus einer Vielzahl an ganzheitlichen Behandlungen wählen können. Das Angebot reicht von klassischer Kosmetik und Maniküre über Fußpflege bis hin zur Hotstone-Massage. Für eine tiefgreifende Hautverjüngung sorgt die Anti-Aging-Linie Cell Tresor der Firma Dr. Spiller, die Ihre Haut mit aufbauenden Wirksubstanzen zum Strahlen bringt. Alle Pflegeprodukte überzeugen durch ihre hohe Qualität und einzigartige Wirkung und können vor Ort erworben werden. Nicole, die perfekte Kosmetik, Ihr Rückzugsort für Körper und Geist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017